Einer dieser Abende. Kais leichtfertig dumme Wette. Während er mit einer berstenvollen Blase in seinem Büro sitzt, verflucht Kai jedes seiner Worte des vorangegangenen Abends. Wie leicht er es aushalten könne, einen Tag lang nicht zur Toilette zu gehen, hatte er getönt. Dies stellt sich nun in quälender Weise als übertrieben heraus. Doch sein Stolz verbietet ihm das Aufgeben rigoros. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de